Kapitel 3 Die Stunden vergehen und es läutet zur großen Pause. Ich packe mein Marmeladenbrot aus und esse es. Von der Cola nehme ich gerade einen kräftigen Schluck, als Kevin in die Klasse stürmt. Er lotst uns alle nach draußen. Am Flur hat unser neuer Lehrer die Pausenaufsicht und... Er raucht aus dem Fenster. Ach, logisch, dass Kevin das spannend findet. Was für ein Idiot raucht im Schulgebäude. Großartiges Vorbild. Sein Bad-Boy-Image wird ihm bei der Direktorin auch nicht helfen. Kevin, wow, das ist doch Spannung pur. Rufe ich aus und gehe mit den anderen Mädchen in die Klasse zurück. Schließlich, genervt durch Kevins Begeisterung und durch das Fehlverhalten des neuen Lehrers, bricht eine Diskussion zwischen uns Mädchen aus. Es läutet zur Stunde und der Unterricht vergeht viel schneller als erwartet. Unsere letzte Stunde ist bereits angebrochen und ich kann es kaum erwarten, endlich nach Hause zu laufen. Heute ist Freitag und ich werde am morgigen Tag zu Lilith gehen. Ein Filmabend tut mir sicher gut. Die Glocke ertönt und die gesamte Klasse läuft sofort ins Freie. Lilith und ich sind wieder einmal die letzten Schüler, die das Gebäude verlassen. Aber wir machen uns dahingehend keinen Stress. Hol dich dein Vater heute nicht ab? fragt Lilith nach. Nein, deswegen wäre ich auch fast zu spät gekommen. Er hatte gestern ein Geschäftsessen und kam frühmorgens betrunken nach Hause. Lilith nickt und zieht mich in eine feste Umarmung. Sie lässt mich wieder los und rennt über die Straße. Bevor sie im Haus verschwindet, winkt sie mir nochmals zu. Danach trete ich selbst meinen Heimweg an. Ein Auto bleibt neben mir stehen. Die Fensterscheibe geht runter und ich erblicke meinen neuen Klassenvorstand. Großartig, der hat mir gerade noch gefehlt. Was will der bloß? Ach, vollkommen egal. Hey, Selin, oder? fragt er mit einem schiefen Grinsen auf den Lippen. Ja, antworte ich mit genervter Stimme. Steig ein, ich fahr dich nach Hause. Nein, aber vielen Dank. Ich laufe gern. Genervt beschleunige ich meine Schritte. Komm schon, ich würde dich gern heimbringen. Okay, Gründe, weshalb ich das Angebot ablehnen werde. Erstens, sie sind mein Lehrer. Zweitens, sie rauchen im Schulgebäude und das ist strengstens verboten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es vor einem offenen Fenster getan wird. Wieso können mich immer alle so provozieren? Ich hasse es, meine Meinung direkt äußern zu müssen. Aber es scheint so, als würde mich ansonsten niemand verstehen können. Ich beschleunige erneut meine Schritte und er fährt tatsächlich weiter. Vor unserem Haus parkt ein Auto und ich ahne Furchtbares, denn dieses Auto gehört meinem neuen Klassenvorstand. Verdammt, was will er hier? Ich versuche ruhig zu bleiben, atme tief ein, dann langsam wieder aus. Meine Hand geht eher zögerlich zur Türschnalle der Haustür. Ich öffne diese und flüchte sofort in mein Zimmer. Ich gebe keinen Ton von mir und fange es sofort mit meinen Hausaufgaben an, stelle mich danach unter die Dusche. Ich ziehe mir eine schwarze Jogginghose und ein T-Shirt an, binde mir die Haare zu einem Pferdeschwanz, als ich die Stimme meines Vaters wahrnehme. Selin, komm bitte runter! Ich seufze, als er dies die Treppe hochruft. Ja, rufe ich genervt nach unten und verdrehe dabei die Augen. Ich schlendere etwas zögerlich die Treppe nach unten, blicke aus dem Glasspalt der Haustür. Das Auto meines Klassenvorstandes steht noch immer da, mein Herz beschleunigt und meine Hände zittern. Mist, was will der? Warum ist der hier? Ich muss mir was einfallen lassen, ich will meine verdammte Ruhe. Verdammt nochmal, es ist bereits Wochenende, Freitag nach Schulschluss muss doch zählen. Mein Vater sitzt mit dem Klassenvorstand auf der Terrasse, sie trinken Kaffee. Ich schlendere noch immer etwas zögerlich im Haus herum und begebe mich mit langsamen Schritten nach draußen, nehme mir aber vorher noch eine Flasche Wasser mit. Meine Hände schwitzen und mir wird innerlich heiß. Draußen angekommen begrüße ich die beiden Männer mit freundlicher Stimme. Mein Vater deutet auf einen der Stühle, widerwillig setze ich mich hin und komme so mit seiner unausgesprochenen Bitte nach. Keine Sorge, Selin, ich bin nur hier, um meine Schüler und ihr Umfeld kennenzulernen. Ich möchte die Verhältnisse meiner Schüler kennen. Gibt er von sich, gequirlte Scheiße, das ist doch nur ein Vorwand für irgendwas. Großartig, dann kann ich jetzt wieder gehen? Kotze ich förmlich aus meiner Kehle. Die Nähe des Klassenfuzzis macht mich aus irgendeinem mir erklärlichen Grund nervös. Nein, du bleibst, bis ich es dir erlaube, stellt mein Vater klar und ich verdrehe sogleich meine Augen, nehme einen Schluck Wasser zu mir. Ich habe gehört, dass deine Mutter vor kurzem gestorben ist, daher würde ich gerne in Erfahrung bringen, wie es um dich steht, damit ich die Situation und dein Stresslevel besser einschätzen kann. Seine Stimme lässt mich erschaudern, sie bereitet mir Gänsehaut. Großartig, ich hatte 16 Jahre, meine Mutter und jetzt nicht mehr. Aber gegen das Schicksal kommt man halt einfach nicht an. Ich wiege genervt meinen Kopf hin und her, meine Stimme klingt sarkastisch. Aha, ich verstehe, wenn es dir in der Schule zu viel wird, dann kannst du mich gern ansprechen, wir werden gemeinsam einen Weg finden. Seine Stimme klingt dominant, ich nicke nur und tapse mit meinen Beinen unter dem Tisch unsicher hin und her. Sehr freundlich von ihnen, entgegnet mein Vater, und sieht zu mir hinüber. Er erwartet sicherlich Dankbarkeit von mir gegenüber meinen neuen Lehrer. Danke, gebe ich wenig begeistert von mir. Ach, nicht der Rede wert, winkt er ab. Jetzt muss ich aber wieder los, ich bedanke mich für den Kaffee und das großartige Gespräch. Er erhebt sich, reicht meinem Vater die Hand zum Abschied und schüttelt diese. Mein Vater bringt den Lehrer zur Tür, währenddessen überkommt mich doch die Neugier. Schnell renne ich meinem Lehrer hinterher und erwische ihn gerade noch beim Einsteigen ins Auto. Stopp! Schreie ich in der Hoffnung, dass er es noch hört. Er öffnet die Autotür und steigt wieder lässig aus, lehnt sich gegen den Türrahmen und zündet sich eine Zigarette an. Was? Will er schließlich wissen. Also, ich weiß, dass Sie es waren. Ich hole tief Luft und hoffe auf eine ehrliche Antwort. Ich verstehe nicht ganz, aber vielleicht hätte ich es verstanden, wenn du eingestiegen wärst. Er pustet mir den Zigarettenrauch ins Gesicht. Der bissige und kratzige Gestank fährt mir direkt in die Lunge und sorgt für einen Hustenreiz. Er lacht auf, steigt in das Auto und fährt los. Er lässt mich einfach stehen. Ich bin wütend auf ihn. Wie kann man nur so dermaßen rücksichtslos und eingebildet sein? Wie kann dieser Mensch nur ein Lehrer sein? Schnaubend gehe ich in mein Schlafzimmer hoch und hoffe darauf, diesen Menschen nie wieder begegnen zu müssen. Es ist Samstag und ich befinde mich bereits auf dem Weg zu Lilith. Unser Filmabend soll ja heute stattfinden. Ihre Mutter öffnet mir die Haustür, begrüßt und verabschiedet sich sogleich und verlässt das Haus. Liliths Mutter ist in einer Fabrik angestellt und hat es öfter in Nachtschicht. Deswegen ist mir dieses Verhalten auch schon bekannt. »Lilith«, schreie ich durch das gesamte Haus und sogleich ist ein Poltern zu hören. Mir kommt eine stürmische Lilith entgegen und diese zieht mich sofort in eine innige Umarmung. »Süße, es gibt eine kleine Planänderung.« »Sie ist bekannt dafür, aber eigentlich passt es mir gerade gar nicht.« »Ich habe mich immerhin schon auf einen ruhigen Abend gefreut.« »Klar.« »Was hast du jetzt schon wieder vor?« Frage ich nach und will es eigentlich gar nicht wissen. »Falsch. Was haben wir vor?« »Dieses Wir«, betont sie dabei. »In Ordnung, was haben wir vor?« frage ich genervt nach. »Wir werden den Friedhof aufsuchen.« Skeptisch schaue ich zu ihr hinüber. »Wieso?« frage ich Lilith. »Sie hat meistens solche verrückten Ideen und diese genieße ich immer mit Vorsicht.« »Tote beschwören«, sagt sie mit gruseligem Unterton. »Als würde sie ein Horrorfilm entsprungen sein.« »Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.« »Und ich glaube auch nicht, dass wir so etwas machen sollten.« Immerhin ist ein Friedhof ein heiliger Ort, die letzte Ruhestätte und ehrlich gesagt hört es sich krank an. Sie lässt sich trotz meiner Erklärung und Bedenken nicht davon abbringen. Ich bin immer noch skeptisch, lasse mich aber überreden. Schneller als mir lieb ist, befinden wir uns auf dem besagten Friedhof. Es ist dunkel und düster. Lilith verspürt anscheinend keinerlei Angst. Zumindest sieht man ihr es nicht an. Ich hingegen habe große Angst. Ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken. Dabei darf ich gar nicht an meinen Vater denken. Er wird mich umbringen. Lilith, wir sollten es dabei belassen. Es ist wirklich nicht lustig. Ich versuche einzulenken und stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre. Komm schon, das wird ein großer Spaß. Sie versucht mich weiterhin davon zu überzeugen. Ich seufze. Klar, was für ein Spaß. Nein, es wird nicht funktionieren. Schnaubel ich genervt. Lilith kann mich mittlerweile genauso nerven wie Kevin. Lilith gibt mir einfach keine Antwort mehr. Lilith zündet etliche Kerzen an und nimmt einen Zettel. Was ist das? frage ich neugierig nach. Meine Bitte an den Geist, erwidert sie mit einem kleinen Grinsen. Hast du das schon mal gemacht? fragte ich sie sehr skeptisch. Meiner Meinung nach sieht es ziemlich amateurmäßig aus. Nein, aber ich will es ja auch mit dir machen. Gib sie lachend von sich. Ich nicke und sie deutet mir, dass ich mich zu ihr stellen soll. Sie liest ihren Zettel vor, ihre Bitte an den Geist. Und wie schon von mir prophezeit, passiert nichts. Rein gar nichts. Eine Krähe krechts. Wir erschrecken. Und das war alles. Dafür haben wir um Mitternacht den Friedhof aufgesucht und die Totenruhe gestört. Ich bin genervt und frustriert. Aber sowas. Lilith ist enttäuscht. Man kann es ihr deutlich ansehen. Wir wollen gerade den Friedhof verlassen, als wir, scheiße, völlig überraschend unseren Klassenvorstand mit einer Frau abblicken. Eine sehr schöne, blonde Frau mit einem sehr knappen, ja fast aufreizenden schwarzen Kleid. Sogar für mich eine Augenweide. Warte, du kannst da nicht einfach raus. Ich halte Lilith panisch zurück. Scheiße, was machen wir jetzt? Wieso? fragt sie verwundert nach. Weil mich unser Lehrer bereits auf dem Kieker hat. Er war erst gestern bei mir zu Hause. Meine Stimme gleicht einem leisen Flüstern. Angespannt presse ich meine Lippen aufeinander. Lilith nickt und wir belauschen die zwei Personen der Hoffnung, dass sie schnell verschwinden.